Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Egal. Gehen wir wieder zurück und machen weiter. Und zwar mit der Mission hier hinten. Okay, sie schwammeln da oben. Oder ganz oben. Je nachdem wo wir hin müssen, müssen wir auch eine Mission machen. Da ist die Mission. Tschüss. Der falsche Makondal sammelt Anhänger. Sie versuchen die Schmuggel-Operationen im Bayou zu übernehmen. Wer weiß, was sie damit finanzieren wollen. Es gibt eine Schmugglerin. Eine Frau namens Elise Lafleur. Sie kennt jedes Loch und jede Windung der Sümpfe. Vielleicht kannst du sie überreden, dir zu helfen. Ich kann sie bestimmt motivieren. Gut. Sobald du Makondal findest, benutze die Pfeile aus der Distanz. Doch bedenke. Um die Mission zu beenden, musst du direktere Mittel einsetzen. In den Unterschlupf gehen. Achso, zurück zum Unterschlupf. Ja, ich versuch's aber trotzdem nochmal. Oder ich gucke zumindest, wo ich hier hin kann. Kann ich hier springen? Nein. Nein. Hier dann kann ich... So. Äh... Kann ich vielleicht den Baum hier hochlaufen? Ja. Intelligent muss man sein. Da geht's weiter. Nein. Bleib bitte da. Boah. Wie kannst du nehmen? Ach. 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 Schön. So. Hier müsste der Platz sein. Nein. Hier ist er irgendwie nicht. Hm. Ah. Kann jetzt hier noch weiter hoch gehen? Kann jetzt hier noch weiter hoch gehen? Ah. Ah. Kann jetzt hier noch weiter hoch gehen? Ah. Nein. Boah. Das ist doch der Platz. Ah. Ich muss nur weiter hoch gehen. Okay. So. Und äh... Fliege! Schön. Fein gemacht. So. Kann ich hier durch? Nein. Designing-Fehler. Hm. Ah. Hier kann ich mit. Nicht schön. Mal gucken, wo wir diese Schmugglerin finden. Hm. Und... Wie sie aussieht. Wahrscheinlich spricht hier auch wieder mit der physischen Akzent. Ach. Ja. Wir haben jetzt gerade 10 oder 11 Uhr morgens. Warte mal. Warte. Äh. Ja. Elf Uhr morgens. Ja. Elf Uhr morgens. Ich fülle wieder die Sonne ins Zimmer. Und mir genau ins Gesicht. Und jetzt... Seh ich fast gar nichts. Ich muss nur mal irgendwas gegen tun. So. Ähm. Weiter laufen. So. Und da schon auf der Schmugglerin gehen. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen. In uns. Oder ihr leidet. Bevor ihr sterbt. Bevor ihr sterbt. Drei Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen? Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die. Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um. Alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei. Aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund. Ich glaube... Warte mal. Also... Blasruhe. Scheinbar können wir den noch nicht... ... passieren. Den der Arme. Zack. Okay. Ich würde sagen... Wir... ...hören jetzt gleich mal auf. Nachdem wir die mal... Ups. Schön... ...getötet haben. Ich würde aber sagen... ...den. Oh. Was ist das mit dem Blumen? Was hat der denn? Geld. Super. Jetzt müssen wir noch da hin. Ja. Schön zu wie es sind. Und mir fällt auf, dass wir keine Zeit mehr haben. Oder zumindest wenig Zeit. Gut. Komm. Tschüss. Tschüss. Und ich würde sagen... ...hier hören wir auch auf. Denn ich brauche dringend... ...mal neue... ...Einstellungen. Also... ...bis... ...gleich. Tschüss.